Die sogenannte Menschlichkeit. Ja, vielleicht schon dort! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retschern ein. Und holen Sie mir Ihre Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor. Bitte. Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Deubitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmlers einer verdienten Strafe zuzuführen. Ich melde, der Führer ist tot. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten verteidigen. Ich bin der Führer.